Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag, Kurzvortrag, im Rahmen der Reihe Fragen zu Gott. Und eine Frage, die mir gestellt wurde, war, welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Also, das musst du letztlich selbst beurteilen. Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Gott spielt die Rolle in deinem Leben, die du ihm gibst. Du kannst dein Leben auf Gott ausrichten. Du könntest sagen, oh Gott, du bist mein Ziel, du bist mein Alles. Bitte hilf mir, dass ich dich erfahre. Also, wenn du es fragst, welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Könntest du sagen, Gott ist das Ziel, worauf ich mich ausrichte. Ich möchte Gott erfahren, eins werden mit Gott. Eine weitere Möglichkeit, die Frage zu beantworten, welche Rolle spielt Gott in meinem Leben, ist, er ist derjenige, der mich führt. Du könntest sagen, oh Gott, du bist mein Lenker, du bist mein guter Hirte, bitte führe mich. Und so könntest du Gott immer wieder bitten, oh Gott, sende mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Du könntest darum bitten, dass Gott derjenige ist, der dich führt. Und so kannst du immer wieder zu Gott beten und Gott darum bitten, dich zu führen. Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Eine weitere Möglichkeit wäre zu sagen, Gott ist derjenige, der mir Aufgaben schenkt. Gott ist derjenige, der mir bedürftige Menschen schenkt, damit ich ihnen helfen kann. Gott ist derjenige, der mir Herausforderungen stellt, damit ich daran wachse. Gott ist also ein Aufgabensteller, ein Ausbilder, einer, der mir Aufgaben stellt. Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Gott ist derjenige, der tief in meinem Herzen wohnt. Gott ist derjenige, der mich von innen heraus berührt. Gott ist derjenige, der meine Intuition ist und die tiefe Sehnsucht. Gott ist derjenige, der von innen heraus dich zum Höchsten führen will. Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Gott ist auch die ganze Welt, die dir entgegentritt. Gott sind die ganzen Menschen, die mit dir sprechen. Gott sind die Ereignisse, die auf dich zukommen. Gott ist die Natur. Gott sind die Erfolge und die Misserfolge. Alles, was da ist, ist irgendwo Gott, der sich dir zeigt. Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben, kannst du dir fragen? Du könntest sagen, Gott kann alles für dich sein. Oder du könntest sagen, Gott ist vielleicht so im Hintergrund. Ich führe mein Leben, so ähnlich wie ein kleines Kind spielt, aber weiß, Mama und Papa sind dahinter und passen schon auf. So könnte Gott auch in dir die Rolle spielen, irgendwo eine Sicherheit, ein Urvertrauen. Aber du kannst auch Gott zu allem in deinem Leben machen. Mein Tipp wäre, lass Gott eine große Rolle in deinem Leben spielen. Lass Gott die Hauptrolle in deinem Leben spielen. Richte dein Leben so aus, dass dein ganzes Leben Gottesdienst ist. Richte dein Leben so aus, dass dein ganzes Leben Gottesdienst ist. Richte dein Leben.